Tja, Freunde der Gitarre, es ist was Neues entstanden. Ich konnte schon wieder nicht aufhören, jetzt ist es schon fast 5 Uhr oder so. Ja, eine Fender-Finnlein. Gestern begonnen, heute fertig gemacht. Wie immer Schellack, also Läuse, Zeugs, ja? Wie immer schön und kommt auch gut. Ja, ich teste es einfach, du weißt, es ist der erste Einsatz und ich teste jetzt mal nur mal die Buntreinheit, die vor uns war eingestellt, aber es geht wirklich bis unten hin, Freunde. Ruhige Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Geht allerdings wunderbar, ja? Okay, jetzt mal kleiner Test, bisschen Gary Moe mäßig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja gut, das war jetzt mal so, ein kleiner Eindruck hier von meiner Selbstbau-Finladen, okay? Und dann noch ein paar Takt hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.